Ich war als Beraterin in der Personalberatung, in der internationalen Personalberatung tätig und kam dann irgendwann so an einen Punkt, wo ich mir einfach überlegen musste, wie geht es für mich weiter. Die Tätigkeit, die ich vorher hatte, war mit sehr viel Unterwegssein verbunden und das ließ sich dann irgendwann nicht mehr so gut mit Familie unter einen Hut bringen. Und dann habe ich mir überlegt, was könnte ich denn tun? Und die Idee, die irgendwo naheliegend war, war zum einen das, was ich ursprünglich mal gelernt hatte, mit dem, was ich mir angeeignet habe, wie im Management so ein kleines Dienstleistungsunternehmen zusammenzubringen. Ganz schnell war dann auch für mich klar, ich möchte das nicht so auf eigene Faust machen, sondern ich möchte mich gerne einem System anschließen, damit ich mich nicht nur so im eigenen Saft schmore, sondern auch den Austausch habe mit Kolleginnen und Kollegen. Und die Entscheidung für den Studienkreis ist dann relativ schnell gefallen, nachdem ich mir mehrere Systeme angeguckt habe. Und ich denke, ich kann heute im Rückblick sagen, das hat auch gut funktioniert. Ja, also für mich war es einfach so, ich wollte eigentlich ursprünglich Lehramt studieren, bin dann über eine Auswärtsstelle in der Touristik gelandet und dort geblieben, jetzt für 17 Jahre. Und habe aber durch unsere Überlegungen bezüglich der Franchise-Geschichte in Richtung Nachhilfe so an dem alten Traum anknüpfen wollen und somit sind wir dann echt im Studienkreis gelandet. Wir waren in der gleichen Firma vorher, haben uns auch dort kennengelernt und wir sind einfach das perfekte Team, ergänzen uns super und sind uns in so vielen Dingen einig, dass wir das Dreamteam einfach sind. Wir haben uns, wie gesagt, mit dem Thema Nachhilfe, Bildung so auseinandergesetzt. In der Firma verändert sich sehr viel im Moment und wie gesagt, das Herz ist so entflammt. Ich musste das jetzt einfach machen. Und für mich war klar, ich werde mich selbstständig machen. Und ich konnte im Studienkreis beide Bereiche, nämlich wirtschaftliche und pädagogische, super kombinieren. Und der Studienkreis hat zudem noch den Vorteil geboten, dass man nicht allein ist, dass man viel von Erfahrung von anderen lernen kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020